Hallo hier ist wieder Milchbrand XY zu Subnautica Bello Zero. Ich habe mal eine Viertelstunde alleine was gemacht und eine halbe Stunde. Falls ihr seht, ich habe was gebaut und zwar die Schränke sortiert, Korallen zum Beispiel oder Salz und Schwefel alles in einen separaten Schrank reingetan, Magnet und Latinium, Gold, Silber, Rubine, Diamanten, alles sortiert. Titan, alles schick gemacht halt. Essen, trinken, einfach trinken. So, ich will mit euch heute mal nochmal da hinten hin, bei der Insel da, da war ja so ein Loch drinnen gewesen, will ich jetzt so hin. Wir haben ja jetzt einen guten Kreislauf-Tauchgerät, kann man ja besser tauchen und eine ganz große Taucherflasche. Mal sehen, ob das was bringt. Wir schwimmen einfach mal hin. So, wir nehmen mit, das da. Das brauchen wir. Einmal Reparator-Dings. Das tun wir lieber hierher. Wir machen noch immer mehr. Wir machen noch immer mehr, denke ich mir mal. Ne, wo war das? Achja. So. Ich fahr jetzt mal abkacken. Was kann man denn noch machen? Die kann man jetzt auch bekommen. Naja. Ich will nicht, ich will nicht kein gebücktes Fleisch essen, weil ich kenne das vom ersten Teil, da hast du mehr Durst. Ich wollte hier bestimmt genauso sein. So. So. Haben wir alles mit. Wir können noch eine extra Batterie mitnehmen. Besser ist besser. So. Zur Insel und rechts rum war es. Mal sehen, ob Kottner da rumschwimmt. Wie schlingt es denn so aus? Mal so ein bisschen Licht machen. Aufpassen wegen der Tiefe. Eine Seebahn, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist fein. Aber wir schwimmen unter Wasser. Ich höre lieb auf zu singen. Das will ich euch nicht antun. Besser ist das. Die Insel war hier. Genau. Ich bin nicht. Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Ich bin ja schon. Haben wir den schon? Danach kann man essen. Wir haben Hunger. Den haben wir schon gebraten. Oh, der war lecker. Äh, da. Guck mal, wir brauchen auch nicht mehr so aufs Lüft holen gehen. Ist das schön oder ist das schön? Aber vergessen dürfen wir es trotzdem nicht. So, ab rein. Insel ist da. Wir müssen ja irgendwie hier rumfahren. Und dann irgendwie tief nach unten. Hm, nö. Nö. Hier war es nicht. Hier haben wir was. Wir müssen mal rumscannern. Äh. Diese Geräusche unter Wasser. Ja. Ist das so blöd, die? Ich will da gar... Das wird zu heiß werden, denke ich mir mal. Aber hier in der Nähe war das doch, oder? Warte mal, wo haben wir es denn? Äh. Wo war denn der Schlund gewesen da unten? Oh, woher? Ja. Das war hier eindeutig. So. Die Boge hier rausmachen. Wie nennen wir das gute Stück? Schlund. Schlund. Aber jetzt sind gleich Zwei von den hässlichen Viechern hier. In der Hand. Oh. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe kein Rapportortzeug mit für mein Auto. Ich muss aufpassen. So, jetzt haben wir ja ein bisschen mehr Zeit. Mal ein Messer raus. Ich lasse dich erst mal essen. Komm her. Wo ist er? Da. Okay. Jetzt können wir mal ganz in Ruhe hier rumscannen. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal gespielt habe. Da war hier oben noch ein Deckel drauf. Ah, es ist schon wieder so eine hessische Krabbe da unten. Das sieht nicht lustig aus, ja? Ich muss dir mal, äh, Rubine mitnehmen. Wir bleiben erstmal schön hier in der Nähe. Was ist das? Oh, komm mal, einsam mit. Ich gehe nochmal hoch. Und ich war eher hoch als wieder. Luck, 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 luck. Ihr wisst, was ich meine. Kann man mit dem Oko was machen? Wieso kann man den einsammeln und den anderen nicht? Ich bin da schon auf dem Weg, Schatzi. Okay, die Krabbe kommt auch nicht hier rein. Was ist das? Steinlaus. Achso, das sind die. Für was kann man die denn nutzen? Einheimschleifeform. Steinlaus. Hm, vielleicht kann man die Oko wie aus Lamm benutzen oder so. So. Schön ranfahren. Ah, komm mal mit einmal rein. Die komischen Steinläuse mit einsammeln, oder? Für Oko was wäre nicht so nützend zu sein. Weil wir können ja dann mal mit dem Messer arbeiten. Dann haben wir, wir haben noch keinen Hunger. Komm mal mit dem Messer frisch machen. Tod. Okay. Fallen lassen. Warte mehr. Okay. Fisch passt bestimmt noch gut in mein Aquarium rein. Von mir war ich ja ja nicht, oder? Nehmen wir den noch mit. Da hinten ist noch irgendwas. Seht ihr das? Das hier kann man eigentlich durch. Da ist noch irgendwas hinten. Nehmen wir den noch mit. Das hier kann man ja nicht. Da ist noch etwas anders. Das hier kann man ja nicht. Ja ja. Ich habe den Krebs und Helmut machen. Haha. Lufst du an? So, jetzt gehen wir mal noch mal runter. fix aber das gerät noch gerade ein ich mag meine hochkne die briten herzlichen krebs Wir folgen schnell. Aha. Da haben wir was. Wärmekraftwerk? Das sieht gut aus. Hier, 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 hier. Wo hängen wir? Hier. Oh. Das sieht aber gut aus. Haben wir den Scanner? Habe ich dann in den Exekleitbart? Aha. Nein! Gebäser. Da haben wir was zum Lesen, was wir nicht lesen wollen. Äh. Noch tiefer? Moment. Ich muss aufpassen wegen meiner Luft. Luft. Okay, wir fahren zurück. Hier unten gibt es keine Luft. Okay, wir fahren zurück. Scheiße. Fix, 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 fix. Haben wir noch eine Luftpumpepflanze da? Ich trage wieder ab. Na ja. Was ist das? Ich war wieder zu gierig, zu gierig. Nein, 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 nein. Du hast einige gegeneinander verloren. Mein Auto hat auch verloren, Junge. Okay. Was habe ich denn verloren? Und das ist das, was wir jetzt machen. Nein. Also die Fische und das Zeug, was ich eingesammelt habe. Also die Fische und das Zeug, was ich eingesammelt habe. Nein! Ah. Ah. Jetzt muss ich mich selber retten oder noch, ey? Ich kratze mich so an. Ich war viel zu gierig. Was kann ich jetzt noch erst bauen? Stunnenlampe. Ion-Batterie? Also ein bisschen gelohnt hat sich das schon. Aber ich wollte nicht unbedingt sterben. Hm. Was kann man jetzt? Die Stunnenlampe bauen? Ion-Batterie. Okay. Keine Ahnung. Malte! Reparatur-Dings mitnehmen. Ich platsch. Ich war viel zu gierig. Viel zu gierig. Hat mich doch nur erwischt, der Arsch. Oh Mann. Ist das akkulisch? Ich bin ein paar Worte mehr denn in. No! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wo ist irgendwo hin? Schlund. So weit weg war ich jetzt gar nicht. Nein, was ist? Hat er da auch hochgehabt? So, reparieren. So. Wieso kommt der hier durch und ich komme da nicht durch? Das war hässlich. So, wo muss ich was essen gehen? Einer wird nicht reichen. Wo ist er? Ist das der? Ja. Okay. Dinger nochmal einsammeln. Wir brauchen die bestimmt für Urgebas. Werd ich bitte euch. Du hast mal mit. Können wir jetzt mal so ein bisschen Pupu machen. Okay. Äh, wir haben noch ein bisschen Hunger, habe ich noch. So. Nochmal Luft schnuppern und dann gehen wir nochmal runter. Oh ne, wir sterben. 78 Prozent. Okay. Okay. Jetzt Luft schnuppern und schlanzer. Hier geht's nicht weiter. Noch nicht. Machen wir vielleicht auch kurz aufmachen. Pupine einsammeln. Da haben wir noch einen zum Scannern. Scanner. Einer fehlt noch. Ein, ein Scher. Okay. Ja. jetzt rück luftschnuppe pflanze dann komplett noch mal raus und noch mal ja es müsste reichen Und sonst haben sie sie da an den gesetzt. Nee, das ist doch nicht reicht. Uiii. So. No maguernda? Wir müssen nur wissen, was hier hinten ist. Halt? Ja. Da ist auch noch so eine Luftpflanze da. Hier ist noch eine. Ah, wir haben ja einen Klick. Ah, was ist das? Okay. Aber wir schwimmen nochmal zurück. Okay. 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 So. Nochmal hoch. Das wird jetzt nicht so knapp werden. Ich weiß nicht, wie es ist. Ja, lang? Okay, das war's erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Teil. Tun wir mal die Höhle weiter auffrischen. Bis gleich!